Aero Team wünscht Ihnen allen einen guten Morgen und einen erfolgreichen Messetag. Good morning, ladies and gentlemen. The Aero Team wünscht all exhibitors and visitors a pleasant and successful exhibition. RETTEKL-DRIKT 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 Toch leuk dat we elkaar weer zien hier op Frieshaven. Nu wil ik jullie graag toch onze stand even laten zien. Hier haben wir eine Sling TSI und auch die neue High Wings. Das ist die Quick Build, die wir an unsere Klanten vorstellen. Die ist neu in Europa, die ist vorige Woche gekommen. Das ist unsere neue Demo-Kiste, die wir von Tesla operieren, wahrscheinlich am Ende 2023. Wir haben unsere Flugzeuge hier verklaart, um unsere Klanten von allen Informationen zu verziehen über diese fantastische Vliegtuigen. Das ist die Papa Hotel Kilo Juliet Zulu und der Papa Hotel Sierra Kilo Romeo. Das sind zwei selbstgebouwde Vliegtuigen in Nederland. Ein Vliegtuig in Deutschland, mein Vliegtuig in Papa Hotel Kilo Juliet Zulu, vliegt in Nederland. Das sind echt eyecatchers, es ist sehr viel Interesse für diese Vliegtuigen. Aber wir haben natürlich auch unsere High Wings, die müssen wir noch von abbauen. Die steht in der hoek, da presentieren wir auch unser Build & Assist programma. Das bedeutet, dass wir unsere Klanten helfen mit dem Vliegtuig zu bauen. Das ist die zogenaamte Quick Build, das bedeutet, dass die für 49% in der Fabrik gebouwd ist. Die haben wir 51% durch das Klant abbauen müssen. Das ist die Romp von der Quick Build, Airframe, mit Undercarriage. Und wir können mit dem Build & Assist Centrum in unserem Workshop in Outcarspel dafür sorgen, dass diese Kist binnen ein halvjahr eine Vliegende Kist wird. Und wir machen es eine sehr schöne Beurs von. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020